Stemmen, drücken, strampeln, schwitzen. Fitnesstraining liegt im Trend. Regelmäßiges Kraft-, Ausdauer-, Beweglichkeits- oder Koordinationstraining gehört für viele fest zum Alltag. Und das ist großartig. Denn wer im Fitnesscenter trainiert, verbessert die motorischen Fähigkeiten und reduziert damit auch das Unfallrisiko bei anderen Sportarten. Mit drei guten Tipps kann man das Training optimieren und schmerzhafte Unfälle vermeiden. Tipp Nummer 1. Am besten hält man sich an ein individuelles Trainingsprogramm und lässt sich von einer Fachperson beraten und begleiten. Vom ersten Training an. Tipp Nummer 2. Die Belastung beim Training schrittweise steigern und so dem Körper Zeit für die Anpassungen lassen. Übertriebener Ehrgeiz kann zu Unfällen oder Gelenkschäden führen. Tipp Nummer 3. Die Bewegungen langsam und kontrolliert mit der richtigen Technik ausführen. Pro Übungsserie sind das normalerweise mindestens 10 Wiederholungen. Mehr Tipps auf bfu.ch